Der Meißenknödel Am Meißenknödel, so fängt an der Satz, saß ganz allein ein kleiner Spatz. Er saß ganz vorne, war allein. Es machte nichts, es juckte kein Schwein. Doch als die anderen Spatzen klagten und sich zu dem Spätzchen wagten, war groß der Streit um das Gezeder, eine halbe Stunde und noch viel später. Geendet hat der Streit der Meute, als nichts mehr da war von der Beute. Nun sitzen sie ganz friedlich da, als ob nichts geschehen war. So sah ich's heut am Meißenknödel. War lustig, amüsant zugleich. War vegetarisch ohne Fleisch. H.B. Schuld, 27.01.2016 Dankeschön